Willkommen zurück! Heute werde ich Ihnen eine Liste von Produkten vorstellen, die ich sorgfältig für Sie ausgewählt habe. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich kann Ihnen versichern, dass es einige Leckerbissen geben wird, die Sie nicht verpassen dürfen. Erfahren Sie alles direkt nach dem Abspann. Nummer 5 Der Lagustina Clipso Precision ist ein traditioneller Schnellkochtopf mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern, ideal für Familien. Er bietet zwei wählbare Druckstufen und einen integrierten Timer für präzises Kochen. Die Sicherheit wird durch drei Systeme gewährleistet. Ein Dampfkorb und ein Messbecher sind im Lieferumfang enthalten und das Rezeptbuch sorgt für zusätzliche Abwechslung. Er funktioniert auch auf Induktionskochfeldern. Allerdings ist er für kleine Portionen nicht sehr gut geeignet. Perfekt für alle, die beim täglichen Kochen Schnelligkeit und Präzision kombinieren möchten. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Der Lagustina Irradialkontrol Schnellkochtopf ist ein kulinarischer Juwel mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern und einem Durchmesser von 22 cm. Er ist einfach zu bedienen, lässt sich mit einer Hand öffnen und bietet sechs Sicherheitssysteme, die für ein sicheres und stressfreies Erlebnis sorgen. Der Dreischicht-Tischboden sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und das Ventil ermöglicht eine einfache Regulierung der Dampfabgabe. Er ist perfekt für Induktionsherde geeignet und hat eine Garantie von 25 Jahren. Einziger Nachteil, es wird kein zusätzliches Zubehör mitgeliefert. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Der Lagustina Novia Vitaminschnellkochtopf Lagoisiab mit einem Fassungsvermögen von 7 Litern und einem Durchmesser von 22 cm. bietet gesundes Kochen dank der Vitaminfunktion, die Vitamine und Mineralien bewahrt. Er ist leicht zu öffnen, hat einen dreischichtigen, dicken Boden, eine Garantie von 25 Jahren und ist dank sechs Sicherheitssystemen sicher. Im Lieferumfang enthalten sind ein Messbecher, ein Dämpfkorb und ein Rezeptbuch. Er ist auch für Induktionskochfelder geeignet und ermöglicht die Wahl des Kochmodus. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Lagustina La Classica Lago Fusion ist ein hochwertiger, traditioneller Schnellkochtopf, der durch sein elegantes Design und seine ergonomischen Griffe besticht. Ausgestattet mit einem dicken, dreischichtigen Boden, ist er auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine Garantie von 25 Jahren. Sein Fassungsvermögen von 3,5 Litern ist ideal für Familienmahlzeiten. Außerdem ist er mit Induktionskochfeldern kompatibel und verfügt über nützliches Zubehör wie einen Messbecher, einen Dämpfkorb und ein Rezeptbuch. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Er ist ein rechtes Highlight und macht das Kochen zu einem Vergnügen. Er ist induktionsgeeignet und trotz des Verzichts auf zusätzliches Zubehör und ein Rezeptbuch leicht zu handhaben. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Er ist ein rechtes Highlight und macht das Kochen zu einem Vergnügen.